Wir spielen Minecraft. Wir spielen Minecraft jetzt. Wir brauchen aber auf jeden Fall dieses Dach, Alter. Es darf nichts mehr vom Vorbesitzer übrig bleiben. Ist alles unser. Mach mal die Tür auf, Alter. Mach mal die Tür auf. Warte. Hier ist der Eingang. Wo? Ah, da geht's. Du hast sogar ein Fenster eingebaut, echt jetzt. Premium Base. Alter. Premium ist da. Sollen wir sogar noch ein bisschen mit Steinen arbeiten. Davon habe ich zwar nicht so viel, aber... So ein paar Akzente setzen. Hier ist das Wohnzimmer. Bauen wir noch einen Balkon, oder? Ja. Oh, voll schön. Warte, kann man ein Geländer bauen, oder was? Ja, jetzt bin ich auch grad irgendwie mit Treppe, oder so. Ja, ja, schau, schau, schau. Ulle. Wie hast du das jetzt gemacht? Oh, voll schön. Nein! Wir haben angeschossen. Nein, Peter! Peter! Du Monster. Peter, ich hasse dich. Wir haben so eine schöne Wohnung gebaut. Du blöder Wichser. Oh, fuck you. Wie kannst du das... Wie... Ja, Alter. So ein Wichser. So ein blöder Wichser. Der beste Moment meines Lebens.